Ja, also so sieht es dann fertig aus. Ja, Spätzle natürlich als Beilage und ja, als wir hier bitte ja keine aus der Tüte nehmen, weil die schmecken einfach nach Nudeln und ja, geht gar nicht. Also ja, Rotkohl dazu und ja, also zu den Produkten, also ganz normales für 49 Cent, ja, gibt es überall, egal welche Marke, braucht man also nur aufwärmen und hier also einfach welche aus dem Kühlregal bitte nehmen oder selber machen. Aber wer, ja, macht sich da die Mühe und ja, also unbedingt bitte solche nehmen, auch einfach nur mit der Pfanne am Braten und ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, mein ja, Gulaschkochvideo und ja, schreibt mir bitte gerne unten eure Varianten rein und sowieso, was kocht ihr? Ja, das war's, euer Knochan Siegberts.